Hallo, Leute von Borussia Mönchengladbach! Lass uns über das emotionale Unentschieden gegen Augsburg sprechen und die Eindrücke unseres Sportdirektors Roland Wirkus. Was habt ihr vom Spiel gehalten? Es war ein aufregendes 4 zu 4 Unentschieden voller Emotionen, oder? Wirkus war sehr zufrieden mit der Einstellung der Mannschaft, besonders als wir in den letzten Minuten ausgeglichen haben. Er betonte den Kampfgeist und die Leidenschaft, die die Spieler und die Fans gezeigt haben. Trotz der verlorenen Führung lobte Wirkus das Potenzial des Teams und die Tatsache, dass wir den Rückstand noch umdrehen konnten. Er betonte, dass es immer noch Raum für Verbesserungen in der Verteidigung gibt und Fehler Teil der Entwicklung sind, besonders für unsere jungen Spieler. Jetzt bereiten wir uns auf das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen vor. Wirkus sieht Leverkusen als eine starke Mannschaft mit großem Potenzial. Er glaubt, dass wir überraschen können, selbst wenn wir als Außenseiter gelten. Und natürlich kehren Granit Xhaka und Jonas Hofmann zurück, um gegen uns zu spielen. Wirkus betonte die Bedeutung, diese ehemaligen Spieler mit Respekt zu empfangen, und erwähnte, dass wir eine offizielle Verabschiedung für Jonas Hofmann vor dem Spiel diesen Samstag haben werden. Und ihr, Fans, was denkt ihr darüber? Teilt eure Meinungen in den Kommentaren mit. Lassen Sie uns unsere Borussia in dieser weiteren Herausforderung unterstützen. Mögen Sie uns unsere Vorierungs一起 zurück. Vielen Dank.